Moin Leute, willkommen bei Comic-In und willkommen zur nächsten Shopping-Tour. Ich habe wieder wirklich schöne Sachen am Start und ich kann jetzt schon mal sagen, mittlerweile separiere ich so ein bisschen zwischen neuen, für mich persönlich auch relativ uninteressanten Sachen, was es heißt, sie euch vorzustellen. Das heißt nicht, dass sie per se uninteressant sind. Nee, ich habe jetzt immer so eine kleine Auswahl und da kann ich mehr zu sagen, was ich euch so zeige. Heißt, die meisten neuen Sachen, die wandern einfach in meine Sammlung, ohne dass sie euch vor die Flinte fallen, besonders weil ich zur Zeit nicht so viel schaffe. Aber ich habe auch wirklich schöne Sachen dabei. Wir fangen an mit Batman and the Outsiders Nummer 1. Das ist die Serie damals aus den 80ern, irgendwie Mitte, Ende der 80er muss das gewesen sein. Um Batman, Metamorpho, Katana etc. Diese Nummer 1, das ist mehr oder weniger ein Zufallstreffer gewesen, weil ich eigentlich nach US Wonder Woman Ausgaben gesucht habe. Nach dem hatte ich auch schon öfter gesucht, ja, aber ich habe es nie gefunden bei Ebay. Jetzt hatte ich Glück. Und über dieses Wonder Woman Heft, was so eine totale Random Ausgabe war, für 1 Euro, bin ich dann auch bei dem Verkäufer auf dieses Heft gestoßen und noch andere Batman and the Outsiders. Die anderen Hefte wurden mir zu teuer für den Zustand, in dem sie da inseriert waren. Also man hat schon gesehen, da sind teilweise Eselsohren drin gewesen. Und ich habe einfach nur gehofft, oh komm, bitte lass in der 1 keine drin sein. Ich habe das Ding für, lass mich lügen, 8 Euro irgendwas bekommen. Fand ich einen fairen Preis tatsächlich, weil sonst kriegt man das Ding halt wirklich nicht oft. Und ja, ich wollte es jetzt auch nicht unbedingt importieren, dann wäre der Versand wieder drauf gekommen oder ich hätte viel anderes Zeug noch dazu bestellen müssen. Da hatte ich keine Lust drauf, um ehrlich zu sein. Und deswegen habe ich gehofft, komm, bitte lass es auch noch in gutem Zustand sein. Es ist tatsächlich in gutem Zustand, was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat. So, jetzt kann ich natürlich noch nicht so viel damit anfangen, da mir so ziemlich alle Hefte danach fehlen. Ich habe es so vereinzelt ab Mitte der 10er-Normale, also zwischen 10 und 20 und dann so ein bisschen aufsteigend, aber dann hört es auch ganz schnell wieder auf. Also das ist ein Beginn. Ein Beginn für eine neue US-Reihe für mich. Liegt aber dann halt erstmal brach, besonders weil ich zur Zeit sowieso nicht so viel gebraucht kaufe. Ja, hat mich trotzdem mega gefreut, ein absoluter Schatz für meine Sammlung. Bin ich sehr stolz drauf und sehr glücklich, besonders halt, weil es in 1A-Zustand ist. Ja. So, dann habe ich euch mal wieder angelogen, ja. Ich bin ein Halunke, bin ich. Denn die Superman-Dino-Lücke, da hatte ich ja mit Comics bestellt und ich meinte sie so, jetzt habe ich sie endlich voll, wo ich schon mal fast dachte, okay, mir fehlen nur 5 Hefte, dann fehlt noch ein paar mehr, okay. Aber dann habe ich gesagt, so, ich habe die jetzt voll. Jo, nee, hatte ich nicht, denn dann bin ich die Triangle-Nummern durchgegangen. Wer jetzt nicht weiß, was die Triangle-Nummern sind, ich glaube, ich habe es schon ein paar mehr erklärt, der schaut bitte bei Creighton rein, der hat ein schönes Video zugemacht. Grüße gehen raus, Creighton. Dieses gute Heft hier, ne, dieses Special, Superman King of the World, aus dem Jahre 1999, Triangle Nummer 22, ist die erste und einzige Ausgabe, behandelt den Sagenabschluss um die Storyline mit Dominus, müsste er heißen. Das ist so das erste Große, was in dieser Dino-Lücke passiert. Das zieht sich doch recht lang. 99, gut, wie lange waren wir da raus? Weiß ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall war das schon eine riesige, riesige Saga, die uns da in Deutschland nicht präsentiert wurde. Panini Reprint, maybe. Auf jeden Fall dieses Ding hier, da kommt man irgendwie nicht so leicht drauf, außer man verfolgt wirklich die Triangles und sieht, Moment, da fehlt was. Es gibt noch ein anderes Special, das in der Dino-Lücke ist, stelle ich euch demnächst vor, jetzt wo ich alle habe. Das ist ein bisschen tricky, weil sonst achtet man halt wirklich nur eigentlich auf die Ongoing-Serien. Das sind fünf Stück zu dem Zeitpunkt. Man of Tomorrow erscheint in einem anderen Rhythmus als die anderen vier. Unterachtet man nicht auf diese Specials, ganz ehrlich. Hier, das ist er übrigens. Dominos, so müsste er heißen, wenn ich mich richtig erinnere. Schönes Cover mit dem goldenen Glanz, sieht wirklich toll aus. Absolut edel, tolles Ding, habe ich für zwei, drei Euro geschossen, war ein Sofortkauf in Deutschland. Deswegen war ich ganz glücklich. Vielleicht hätte ich es mal billiger gefunden, hätte ich gewartet. Aber so war ich schon sehr, sehr happy, muss ich sagen. Ja, Dino-Lücke, Superman, voll, komplett, endlich, geil. Okay, yes. So, dann geht ein riesen, riesen, riesen Dank raus an René. Okay, das Video habe ich dir, glaube ich, schon vor x Monaten versprochen. Aber jetzt kam ich nicht dazu aufzunehmen und hatte keine Lust. Und deswegen ist es jetzt soweit. Ich habe ihn, Leute. Ich habe ihn endlich. Batman Sonderband 14. Ladies and Gentlemen, er ist mein. Batman Scarecrow das erste Jahr. In den USA erschienen in zwei Prestige-Ausgaben. Also dick ist das Ding nicht, ne? Ne, kann man nicht sagen. Wusste ich aber auch. Aber es ist verdammt selten. Weil man bekommt das Teil zur Zeit überhaupt nicht mehr auf dem deutschen Markt. Ich habe es in anderthalb, zwei Jahren wirklich intensivem Suchen nicht erblickt auf dem deutschen Markt. René ist einer meiner frühesten Abonnenten gewesen. Und der hatte mich dann angeschrieben. Sag mal, du suchst doch. Und ich meinte, ja, warum? Du, ich habe den noch. Ich habe da mal so eine Auktion irgendwann gewonnen. Und da war der bei. Da war ich natürlich direkt Feuer und Flamme. Und mir war dann auch schon klar, dass er gegebenenfalls abgeben würde. Ich habe ihm direkt ein gutes Angebot gemacht. Ich denke, man darf auch sagen, wie viel es war. Also, ich setze es jetzt einfach mal voraus. Ich habe ihm gesagt, komm, ich gebe dir 200% Coverpreis. Heißt in dem Fall 13,95 Euro. Beziehungsweise 12,95 Euro. Ich glaube, ich habe 25 Euro gesagt. Ich denke, das ist ein gutes Geschäft für dich. Für mich sowieso, weil ich es ewig suche. Und dann sind wir da beide ganz fair aus der Nummer raus. Er sieht auch gut aus. Hat ein, zwei kleinere Marke. Gar kein Problem. Keine Knicke oder so. Daher bin ich auch hier sehr, sehr glücklich, dass auch der Zustand stimmt. So von innen. Ja, gut. Das ist jetzt echt nichts Überragendes. Das muss man auch ganz klar so sagen. Ich hoffe, das mit dem Licht geht einigermaßen. Wahrscheinlich nicht, ne? Egal. Vielleicht könnt ihr es ein bisschen erkennen. Es sieht halt auch echt nicht so toll aus von den Jones und Murphy an der Serie. Das ist wirklich so ein absolutes Sammelding von mir gewesen. Und ja, deswegen ist es jetzt auch endlich in meiner Sammlung gelandet. Ich habe es euch ja gesagt. Heute kommen wirklich Sachen, die ich selektiert habe. Und die ich mir extra für so ein Video wirklich rausgepickt habe. Perlen, sozusagen, von meinen Shopping-Tonen, die ich sonst aufgenommen hätte. Das wären wahrscheinlich vier, fünf Parts wieder geworden für diese eine Folge, die ich euch jetzt zeige. Ich habe eine weitere Serie zugemacht, was mir echt ein Anliegen war. Und zwar die Batgirl-Serie. For New 52. Boah, endlich, ne? Fünfter Band. Auch wieder mitgenommen bei Comic-Culture. Bis auf den ersten. Ne, den zweiten auch nicht. Aber die hat er, glaube ich, sogar noch. Zumindest den zweiten. Ich habe die jetzt nach und nach immer wieder bei Comic-Culture vollgemacht. Ja, der hatte die irgendwie alle noch liegen. Warum auch immer genau Batgirl übrig geblieben ist. Sie scheint sich irgendwie keiner großen Beliebtheit zu erfreuen. Zumindest zu dem Zeitpunkt. Und dann, ja gut, dann lag sie halt unten versteckt in der Ecke. Kann ich auch verstehen, dass da nicht jeder guckt. Auf jeden Fall, Batgirl ist zu. 132 Seiten mit den US-Ausgaben 19 bis 24. Hier nochmal hinten reingeschaut, hinten drauf geschaut. Ein Sammelsorium an Charakteren. Auch hier können wir gerne nochmal reingucken. Damit bin ich ja erstmal raus aus Batgirl bis dann wirklich Rebirth. Das wird auch noch eine ganze Zeit so bleiben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil irgendwie diese DCU-Geschichte spricht mich nicht an. Die kurz vor dem Rebirth jetzt war. Und auch die Serie davor. Die soll zwar sehr gut sein, aber catcht mich irgendwie nicht. Interessiert mich nicht so krass. Einmal durchblättern. Stabiles Niveau. Nichts Außergewöhnliches. Hier geht es mir absolut auch um den Kontext der Bad Family zum damaligen Zeitpunkt. Ja, schöne Sache. 132 Seiten, wie gesagt. Hier muss ich sagen, ich bin ja auch ein alter Comic-Restaurator. Und hier habe ich fast geweint. Also ich habe im Laden gesehen bei Stefan, hier oben war eine Ecke. Ihr kennt das bestimmt, dass da so ein Fitzelchen weiß absteht zur Seite. Produktionsbedingt, lieferungsbedingt von Panini. Auf jeden Fall ich, kluger Kopf, ne. Habe mir irgendwann mal gedacht, okay, du kriegst das auch so hin mit Sekundenkleber. Hat schon tausendmal gut funktioniert. Hier habe ich das dran gemacht. Echt so ein Fleck, weil feucht und klebrig. Und dann dachte ich, oh nein, ich habe den Band übelst gefickt. Aber das Ganze ist getrocknet und sieht jetzt echt 1A aus. Fast wie neu. Man sieht nicht mal mehr den Riss. Einmal Schwein gehabt. Aber muss man immer vorsichtig sein. Aber ich muss auch sagen, wenn ich es mache, dann kommt dabei wirklich meist was Gutes bei raus. Und damit hebe ich den Zustand immer nochmal ein bisschen an, falls so weiß oder Ecken. Falls sich Ecken irgendwie so ein bisschen aufspalten. Wisst ihr, was ich meine? Die kann man auch so fein zukleben. Dann geht das Ganze schon wieder. Ja, wir bleiben bei Batman. Das ist echt eine Batman-lastige Folge diesmal. DC Rules. Da habe ich auch noch was ganz Schönes. Bei Racing Reiner rausgezogen. Für, ich glaube, 12 oder 13 Euro. Manbad. Manbad hatte vor seinen mittlerweile etlichen Miniserien auch eine erste Miniserie. Ein Dreiteiler, der US-Prestige erschienen ist. Eine Elseworld-Geschichte. Damals bei uns erschien im Carlsen Verlag. Ist übrigens Band 31. Jamie Delano und John Bolton dran. Das Ganze ist sehr, sehr künstlerisch angehaucht. Hier, die Bindung ist sogar super. Toller Zustand. Absolut geil. Habe ich mich mega gefreut. Ja, eine Druckstelle. Ja, hier leicht weiß. Macht nichts. Absolut Z1 meiner Meinung nach. Sehr selten für ein Carlsen Band mittlerweile. Und hier, na, sieht man es. Der Band lässt sich tatsächlich gar nicht so gut aufmachen. Aber ich will es halt auch nicht übertreiben, sodass mir der Z1 direkt flirten geht. Ich hoffe, man sieht es zumindest ein bisschen. Ja, ihr werdet es gesehen haben, gehe ich mal von aus. Er sieht wirklich cool aus. Wirklich mal was anderes für einen Batman-Fan. Das geht sehr in Richtung Grant Morrison, Arkham Asylum. Das sieht ähnlich aus. Wirklich cool. Skurril. Ich frage mich noch so ein bisschen, was da jetzt Elseworld wird. Weil ich habe mich wie immer nicht informiert. Ich will mich da nicht groß spoilern. Ich weiß nur, dass es Elseworld ist. Heißt, das muss auch... Wie alt ist das? Das muss Anfang der 90er sein, ne? Ich kann es euch gerade gar nicht sagen. Es muss irgendwann... Also das Ding hier ist wohl 97 erschienen, wenn ich das richtig sehe. Heißt, die Veröffentlichung ist ein bisschen älter Mitte der 90er. Okay. Schön dickes Ding. Man muss dazu sagen, die Seiten bei Carlsen waren natürlich auch ein bisschen dicker, als wir es heutzutage meist kennen. Wobei mit dem Glanzpapier... Ja, doch, das war ein bisschen dicker. So, wo ich es eben in der Hand hatte auf jeden Fall. Ja. Yo, mein nächster Shoutout geht raus. Mabugus Comic-Kiste. Mein guter Freund Dennis, ja? Den ich jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen länger kenne. War unterwegs in Berlin. Und hat da ein bisschen die Comic-Läden unsicher gemacht. Da war er... Wo war er? Was hat er mir gesagt? Ach, Dennis. Wie hieß der blöde Laden? Den gibt es auf jeden Fall auch öfter. Da hat er US-Hefte gesehen. Harley Quinn und Batman. Und ich meinte, der Junge sicherte die Harley Quinn. Die kriegt man gar nicht so günstig. Ähm, hat er auch gemacht. Und dann hat er mir noch vorgeschlagen, ich kann dir auch was mitbringen. Oder habe ich gesagt, bring mir bitte was mit? Kann auch sein. Ähm, ja. Dabei sind ein paar Hefte für mich rausgesprungen auf jeden Fall. Ich habe jetzt mal repräsentativ die Nummer 2 von Harley in der Hand. Weil ich habe ihm die 2 bis 4 und ich glaube noch 2 Ausgaben dann selbst abgekauft und gesagt, die 1 kann er mal schön behalten. Die hatte ich ja schon selber. Ja, fand ich dann cool, die Sachen in US dann zu besitzen. Ich habe sie ja schon in Deutsch von der DC-Präsentiert-Reihe. Aber so fand ich das auch ganz cool. Und für relativ kleines Geld dann war das absolut fair. Ähm, wie gesagt, Nummer 2, 3, 4 und ich glaube 7 und 8 oder so habe ich da bekommen. Ja, und dann hatte dieser Laden auch noch sehr viele Batman Shadow of the Bed Hefte. Auch einige, die in Deutschland nicht veröffentlicht wurden. Wenn ich mich richtig erinnere, war da auch Cataclysm und so bei. Aber das haben wir ja alles bekommen. Das hat mich nicht interessiert. Sondern auch hier wieder repräsentativ habe ich mal 4 Hefte rausgegriffen. Die 36 mit Black Canary. Und ich glaube hier war auch ein sehr, sehr schönes Panel drin. Wenn ich mich recht erinnere. So, die Aufbereitung ist natürlich immer super. Besonders so diese erste Seite. Wahnsinn. Ähm, das ist übrigens auch meine Lieblings-Black Canary, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, oder das... Da, haha, da habe ich es, da habe ich es. Hier. Finde ich super geil. Richtig tolle Black Canary, da freue ich mich tierisch drauf. Ist ein Einteiler. The Name of the Father, okay. Ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Weltgeschichte von Black Canary würde ich jetzt mal ein bisschen schätzen, aber da lege ich meine Hand auf jeden Fall nicht für ins Feuer, weil ich mich mit Black Canary absolut überhaupt nicht auskenne. Was mich unfassbar gereizt hat und sehr gefreut, dass er es da hatte. Die Nummer 39. Batman trifft auf Solomon Grundy. Ich finde das geil, dass in Shadow of the Bat so eine Charaktere aus der zweiten Reihe behandelt wurden. Und auch Grundy hat sein One-Shot bekommen. Also zumindest sein Single-Issue. One Night in Slaughter Swamp. Geil, geil, geil. Auch hier lasse ich euch mal kurz reingucken. Super cool. Boah. Hier, schaut euch das an. Das ist altes Dino-Gefühl, würde ich mal behaupten. Richtig cool. Da freue ich mich auch riesig drauf. Bei Hummel Comic lag irgendwann mal das Gesamtpaket Shadow of the Bat 0 bis 94 rum. Vielleicht hätte ich da tatsächlich zuschlagen sollen, um ehrlich zu sein. Ja, tolles Cover für die Nummer 59. Scarface. Auch absolut geil. Ein Charakter aus der zweiten Reihe. Auch hier. Super tolles Cover. Cover konnten sie wie nichts anderes. Super toll. Auch hier absolutes Dino-Gefühl. Moment. Ja. Toll. Richtig, richtig toll. Das ist absolut meine Zeit. Da stehe ich richtig hart drauf. Alan Grant an der Serie, Taylor, Wach. Die beiden sagen mir soweit nichts. Sieht aber toll aus. Daher habe ich da absolut nichts gegen. Und dann auch noch, ups, warum war es hier? Die Nummer 60. Richtig, richtig gut. Tolle Sache. Ja. Das war die Shopping Tour erstmal. Ich würde sagen, ich nehme gleich noch zwei einen Teil auf oder so. Mal gucken, wie ich so drauf bin. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.